Vielen Dank, Herr Präsident. Eine Kurznachricht aus dem EU-Parlament an Frau von der M. Leyen. Wussten Sie, dass wegen Ihrer gelöschten Pfizer-SMS mittlerweile nicht nur Ihre Kommission verklagt wird von der New York Times, sondern auch Sie persönlich? In der deutschen Presse war davon ja nichts zu lesen. Deshalb dachte ich, ich sage es Ihnen mal. Beschuldigt werden Sie wegen Amtsanmaßung und Titelmissbrauch, Vernichtung öffentlicher Dokumente und Korruption. Während jedes Käseblatt in Deutschland vom Spiegel bis zur FAZ über ihr dahingeschiedenes Pony berichtet hat, interessiert sich niemand dafür, dass sogar die europäische Staatsanwaltschaft gegen Sie ermittelt. In den SMS ging es um die Bestellung von 1,8 Milliarden Dosen. Nicht Hansa-Pilz, sondern Pfizer für 35 Milliarden Euro. Ich sage Ihnen jetzt einen Satz, den vermutlich noch nie ein Mann zu Ihnen gesagt hat. Ich möchte Ihre Handynummer. Mit niemandem lassen Sie sich so einfach unseriöse Geschäfte machen wie mit Ihnen. Vielen Dank. Vielen Dank.